Das ist unglaublich! Grüezi, ich bin Toni. Heute bin ich auf einer Travel-Tour im Kanton Watt. Und das Ziel ist, meinen Herzenrhythmus 100% unter Kontrolle zu behalten, egal was passiert. Hier wird mir der Puls anzeigt. Let's go! Ich versuche immer, an 75% meinem maximalen Puls zu bleiben. Ich gleiche meinen Atemzüge an meine Herzfrequenzen. Einschneufe, ausschneufe, einschneufe. Wow! Juhu! Wir haben fucking Grund! Ein Tutorial bereitet ihr vor auf den Charme des Wartlandes. Juhu! wünschen Sie во deep Frage! Wenn die Sektor er rite, tief an in die dawne, und schnau**** Sägelebende.